Meine Erfolge in der Saison 2021 sind der Sieg in der Ferrari Challenge in Misano sowie der Vize-Weltmeistertitel in der Ferrari Challenge und bei W Series sind es der zweite Platz in Silverstone und der dritte Rang in Spielberg. Ich bin Fabienne Wohlwend und ich würde mich freuen über eure Stimme zur Sporting des Jahres 2021.